Your turn to ban. Five seconds remain. Hallöchen. Was ist jetzt los? Change of mind. Okay. Wagner, da könnte ich notfalls... ...spinnen, um den Kram loszuwannen. Na komm, irgendwer. Klingt nach einem Plan. Klingt nach einem Plan. Auf jeden Fall. ... 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 dann ist doof gelaufen das könnte unser oh guck mal ein Pugnow sweet sweet nicht mein first blood aber alles gut soweit was hat eigentlich das wetter im moment das ist ja komischer nebel reconnected shake so i kiss komm schau mal he he was blocked dang oh oh er hat hook er hat hook er hat hook wenn ich jetzt so schneller wäre äh too fast hm oh ja warum ist der jetzt nicht ich brauch schon sagen wenn der jetzt nicht drauf geht dann dann na oh okay okay das war jetzt natürlich hm kind of semi optimal mal was so na ja ist doch gut lass mich doch ja ne ja ne ich bin nicht hier um ne oh oh hey oh hey ich soll erstmal hier mein Zeug farben hm 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 sic sicher éhh meine boots kommen mein damage Danke sooo so so yep yep oh 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 hopla oh oh monkey king okay alles gut ach ach hat vielleicht ein bisschen recht aber wenn ich doch ein healing war habe genau lenkt die mal davon ab ja kriegt da noch eine ja ach ja 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 je schMS Hm. Soooong. Dangit. Soooong. Oh. Und ich bin raus. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nope. Du nicht. Okay. Nein. Ihr bekommt mich nicht. Nope. Ich könnte auch in der Zwischenzeit nur meine... Wir bringen... Wir bringen... Es ist ein Ort. Hm. Haha. Soll es. Hm. Mh... Meier... Aaaaah... Shit, das wird... Okay... Das hat... Okay... Jungen, Junge... Also das... Das war jetzt echt... Monkey King... Hm... Hm... Na... Oh... Nice... Oh, jetzt hat er mich desarmt... Uhuhuhuhu... Ja, ja, ja... Immer mit der Ruhe... Ja, das ist eigentlich... Ja, das ist eine gute Idee... Das ist eine gute Idee... Ja, das ist eine gute Idee... Uh-huh... Okay... Okay... Da wollten er mich also nicht weiterverfolgen... Einen Wegen kann ich mit leben... Der hat ja auch nicht mal einen Blast reingehauen... Bisschen merkwürdig... Kein Magic Damage gegen mich, mein Freund... Ja, 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 ja... Diesmal nicht... Diesmal wahrscheinlich auch nicht... Ein bisschen aufpassen... Genau... Deswegen nämlich... Weil ich weiß, dass der da oben sitzt... Ah-ah... Jetzt... Ah... Zehn Minuten... Das... Das ist doch eher mein Timing für ne... Für ne... Ja, der Timingsrahmen... Sagen wir mal so... Für ne Battle Fury... Einen normalen Spieler... Oder für meine... Ja, komm... Awww... Ah... Okay... Who cares... Ich hab hier... Jetzt haben definitiv kein What hier stehen... Das ist schon mal gut... Oh, da ist auch ein Stack... Dies habe ich gar nicht bemerkt... Das ist ein... Ease Camp... Kann ich denn da vielleicht noch... Ah... Mhm... Hübsch Gedanken mache ich mir jetzt hier nicht, aber dass die beiden da sind. Einzige ist dann halt, dass ich nicht so viel Farm bekommen, die ich vielleicht bekommen kann. Oh, komm doch her. Ah, shit. Genau nicht. Der hat wahrscheinlich nur 1 oder 2 HP. Ärgerlich, ärgerlich. Hm. Der in der Mitte sollte jetzt gerade ein bisschen Free Farm haben. Hm. Dämliches Viechzeug, ey. Unglaublich. Oh. Shit. Oh. Shit. Ja, schön. Ah, packen, da kriegen wir nicht. Ich überweite mich schnell genug. Für meine Battle Fury, 13 Minuten Battle Fury finde ich gar nicht schlecht. Ich bin jetzt noch nicht. Hm. Already moving. Hm. A 5-2-D. Dust off an old favorite. Hm. Ja. Hm. As you wish. Ah. Hm. 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 Ja, ich bräuchte hier wahrscheinlich ein Wort. Hm. Oh Hopla What the hell Welches Level ist das denn? 12 eigentlich dürfte ich doch gar nicht so Was ist denn? Wo war denn die los hier? Dang it Das erste Mal, dass ich gestorben bin Aber was ist mit Seekiel? Das ist ja nicht so Ich meine, der Blast war auch nicht ohne Natürlich nicht, aber Da hat er mich crit getroffen Würde ich behaupten Was ist denn mit dir los? Ach, das ist ja eh schon tot Gar nicht Schade, schade, schade Ich wurde in meinem Flow gestört Nicht mal behaupten Ich himmte Pete, um dem Mithauer zu helfen Oder beim Mithauer auszuhelfen Und dann Ist jetzt sowas Mein Leben nicht pünktlich da an Das war meine Mücke Komm schon Ohne wird schon lange nicht mehr da sein Ja, Anna ist back Das ist schön Oh ja, ich müsste mal Gelb Abgesehen von dem Stun von Seekiel Hätte ich noch ein Spin TP Oh, ich habe plötzlich den Last Hit bekommen Darauf habe ich gar nicht spekuliert gehabt Aber immer schön, den zu bekommen Ups What the fuck What? Ich hätte laufen müssen Dann weglaufen Und dann mit dem Ulti Aber mit 6 Sprücken Hm CK CK Ich will da mal überlegen, ob ich Scepter mir hole Bescher und dann Scepter Oh 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 CK Nein, nicht schon wieder Darauf habe ich keinen Bock Oh Äh Lieber nicht wow 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 Woa Um, haben wir hier Vision Was the hell? Let's just step down. Hoopsa! Aah... Woah ho ho! Shit 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 shit... ...shoot? Irgendwie traurig. Bäscher. Schütziger Bäscher ist natürlich. Er ist blau. Pagna? Pagna mein Freund. Shit. Der ist schneller. Warte, warte, nicht einer. Shit. Fuck. Ach, wirklich. Da sind die. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Den kann man jetzt eher schlecht aufhalten. Ich kann nicht mehr rausgehen. So, Trick 17. Nicht die beste Vision, aber es rewardet definitiv erstmal keiner. Das geht jetzt ja. So, hat man manchmal. So. Oh, die sind alle unten beschäftigt. Dann gebe ich die mir doch mal hier Mühe. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Jetzt kriege ich Ärger. Ah, knapp daneben auch vorbei. Monkey King. Oh, nein. Ah, scheiße. Das wird echt übel. Und das wird auch schon haben. Je nachdem. Und diesmal bekomme ich einfach überhaupt keine Farm zusammen. Ich laufe hier rum und kill Creeps ohne Ende. Wo ich momentan ein bisschen dahinter her bin. Komm schon. Dann. So. Genau. Shit. 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 Huhuhu. Gut, dass der Helemord da war. Gut, dass der Helemord da war. Hm. Tsk. Ja. Was ist denn hier unser anderer? Oh. Mittendrin habe ich gar nicht gesehen, den Kerl. Okay. Hat noch gelegt. What? Gott. Ah, sie hat keinen Mana mehr. Ah. Hm. 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 So, mein Freund. Ah. Shit. Hm. Hm. Aufgabe ist erfüllt. Das ist natürlich auch schick. Und ich brauche auf jeden Fall. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Shit. Nein. Ich kann nichts machen. Ah, man. Wäre denn nur einen Schritt weiter rangekommen, hätte ich ihn gehabt. Self-use Boah, Junge, der ist schon Level 20, da haben wir noch gar keine Chance mehr. Der Einzige, der mithalten kann, bin ich ein Rape King und das bringt uns einfach nisch. Faceless ist schon 17, ich könnte... Was ist denn da? Oh, shit. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich kann ihn doch gar nicht bekämpfen. Wir können ziemlich wenig hier eigentlich bekämpfen. Ah, jetzt brauche ich tatsächlich meinen Basher zuerst. Was? Was? Was ist denn Dreck? Kann er denn... Was ist denn da? Ah, zum Glück sieht er mich nicht. Hmm. Triple killer. We have Yannick's. Das war jetzt natürlich wieder mal. Eugenia. Winfarlene E.D. Woah, Dabapache. Okay. Ich kann nichts machen. Ich bin noch Omni-Slash oder sonst was. Gar nichts habe ich. Von daher ist das ein bisschen doof und solange ich nicht weiß, wo der Kerl ist, kann ich auch schwerlich rausgehen. Ich weiß also, dass Void unten ist. Ja! Wenn überhaupt Void, aber... Selbst der ist... Shit! 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 Ich bin so tot! Ich schreibe mir etwas blöd oder was? Welten hier? Hm. Hm. Wow! Es hat Mirana aufgeräumt. Das... Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Okay. Hier habe ich noch nicht die Stärke, die ich mal haben... haben sollte. Haben wir hier keine? Ja, das wird wahrscheinlich... nicht schaffen. Was kriegen wir hin, wenn wir wollen? Okay. Na gut, der ist auch ein bisschen einfacher. Ja. Okay... Ja... Nein! Der mit seinen ganzen scheiß Bash Seleko mio CK ist low Hm Ich hab keinen Bock auf CK Dass der hier nochmal kommt Junge, Junge Du Mist Nein, 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 nein Nicht da rein, nicht da rein Ich kann ja schon froh sein, dass wir den Kampf gewonnen haben Ich kann schon froh sein, dass wir den gewonnen haben Ich weiß nicht, wie wir den Okay Oh Was macht der da Schlechte Idee Hm Hm Hoppla Gut, dass ich da raus bin Wo ist der denn Wo ist der denn Okay Jetzt hat erstmal ein Dick abgesagt noch Hm Hm CK ist Ja Ja Nice Upsa Tatsächlich der Counter Ja 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 Kinda Ja 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 Zum ursprünglichen Planen. Zum ursprünglichen Planen. Okay. Schon wieder. Radiance wird nicht verkehrt sein. Ne, greift lieber da an. Oh. What the hell? Nine, 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 nine. Shit. Shit. Nope. Oh, Mann. Ich war ja schon gerade froh, dass ich Reuter bekommen habe. So, außerdem habe ich nicht genug Mana. Ich könnte eventuell gleich nochmal dazu gucken. Dazu kommen, nicht gucken, nicht kommen. Wenn ich da rein tipee. Wenn ich da rein tipee. Ich wollte Wave. Wave Cut wäre wichtig gewesen. Das Wave Cut wäre wichtig gewesen. Oh, alles auf Cooldown. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay. Ja. Ein bisschen Blade. Mit einem gezielten Stun wäre auf jeden Fall schon mal geil. Oh Ich hab'n Becher, ich hab'n Becher Oh, sie haben einen Zika ja erwischt Schön Okay, jetzt wollen wir lang gehen Einfach straight wäre doch schon mal ne Gute Idee Ich hab'n Patsch gehört Oh Shit, shit, shit Wow, 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 wow auch schön schön wir haben katapulte da und alles sich selbst auch eine möglichkeit jetzt haben wir so ein kleines problem mit der vanguard noch aber oh nice nice ich dachte jetzt schon magic der mensch ist irgendwie ganz vergessen die ganz verdrängt drei schläge für eine wave das ist doch schon mal guter anfang jetzt bin ich immer noch für scepter wow 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 da war monkey king make him visible shit komm schon nein ja 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 okay oh Was ist das, was wir tun? Was ist das, was wir tun? Ops. Come back, Healing Ward. So... Hmm... Shit. Mega kill! Yay! Oh, schade, das war kein Calibration-Game. Ah... Ah... Junge, 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 Junge... Das war... Oh, shit! Ah... Blade Dance Crits of Enemies. Teleport leading to kill is 4 Stück. Moment. Progress. Progress. Oh, yes! Level 12 kommt immer näher. Aber jetzt muss ich mich... Muss ich grinden. 100 Punkte pro Sieg. 10 Siege. Da muss ich grinden. Uff. Aber zweimal Mega Kill. Last hits plus 450. Habe ich tatsächlich so viel gemacht. Crit Damage. Slash Kills waren wieder 3. Hm. Schon krass. So... Was haben wir hier... Oh, stimmt. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, 9 war mein Average... Ja, nee, 8. Okay, 8. 8 nailed it. 7 plus, 5 plus, alles plus. Schick. So... 9.000 Heilung. Ungeschlagen. Da kriege ich mein Support her. Mein Support Play. 450 Last Hits sehe ich jetzt... Oh, die Dings zählen ja dazu. Die sind 9 und... 289 plus... 2 und... 32. Na. Jungs, ihr seid schon 5. Äh... Was ist das überhaupt? Gar nicht. Hä? Okay. Naja. So. 5, 2, 5, 2, 2. Schön verteilt. Ein Rot habe ich gekauft. Stimmt, das war... Ging mir ein bisschen was auf den Gigs. Und dann haben wir von hier aus gewonnen. Da war... Ich glaube, jeder Dip hier war, wo CK gestorben ist. Da haben wir mal alle gekillt. Puh. Okay. Kann ich mitleben. Unser ODI hätte... Bisschen mehr. Bisschen mehr bekommen können. Naja. 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 50.000 Damage. Naja. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Knapp drüber. Ja. Knapp drüber. Jo. Leider kein Calibration-Game. Davon ein gewonnenes Game. Mal wieder. Ja. Muss ich mal gucken. Hier. Stats. Tja. Langsam müsste der doch auch. 60 Spieler. 65% Win-Rate. So langsam kommt es doch. Langsam kommt es noch. Na gut. Ich glaube für heute war es das. Geht morgen weiter. Tschüss dahin. Ciao.